Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario 2, die Legende vom Ionitor und wir machen nun weiter mit den Kämpfen in der Arena von, ja, Falknheim. Ja, wollen wir, wer glaub ich's denn, du willst immer noch weiter aufsteigen? Okay, dann kämpfst du jetzt gegen die Feuerchroms und wann kommst du das denn? Ach, ja, ich weiß, die Voraussetzung kackt dich an, ne? Aber zeigt mir einen guten Kampf, haben wir uns verstanden? Hm, was musst du denn? Bomber, für dich ist etwas abgegeben worden. Ich lasse es dir hier, ob du es essen willst, musst du selbst entscheiden. Oh, Kuchen! Kuchen! Hm, leckeres Essen. Hm, nein. Ich hab mich gerade ausgeruht. Ach, der ist immer da, wenn's so ist. Wegen des haben wir jetzt wieder den Eishauch ein, oder? Fick dich! Da, mal zu behalten. So, ich hoffe, der Kuchen bleibt da. Weil wenn man... Ich frag mich, wozu einen Kuchen hinstellen, wenn man sich so ist so jedes Mal ausruhen kann. Egal. Im Gegnern von den Kampf sind der Krawallklemmtner gegen Stachelkugel. Feuerchroms sind angesagt, also los. Ja, Mario, wir schaffen das. We can do it. Chomp, chomp, chomp. Erle Zweit, wir Chess. Du darfst deinen Partner nicht wechseln. Was ne Wundertat. Scannen wir den Typen erstmal. Ja, jetzt im großen Buch, dass alle zwei steht, das ist ein roter Chomp. Rote Chomps sind bisschen, naja, rot. Weiß mal, Kapi 6, Angriffskraft... 5, Verteidigung, 3. Angriffskraft sind tätig, so sollst du sie also lieber rasch besiegen. Allerdings ist ihre Verdeckung auch nicht ohne. Dafür haben sie wenig Kapi vielleicht. Wenn das so ist, würde ich sagen, wir benutzen ein Wutbeben. Na dann. Schön. Das tut mir leid, Gumprine. Aber das musst du jetzt auch sein. Sogar kontert. So, äh, nicht kontert. Verteidigst einfach. So, und jetzt eist's auch, meine Lieben. Hä? Das trifft bloß ein? Ach, was ist denn das für eine Scheiße? Sie sind eisresistent. Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist denn das für eine Scheiße? Dann machen wir... Ich hoffe aber, das trifft jetzt beide, ne? Webs, 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 Webs Und Level Up Yes Wie geil So it's time for more OP Yes Mario wird Popstar Seine nächsten Kämpfe finden Auf größeren Bühnen statt Yes Und der Gewinner ist Bomber, Luigi Ja, die haben wir geohnt Ja, und wir das haben, ey Hier, deine Gage 15 Münzen erhalten Mario steigt auf Rang 2 Yes Und was ist mit dem Cooper links los? Oh mein Gott Mario, zieh nur Äh, hab den Kuchen gegessen Und meinen Körper gelähmt Der Kuchen war vergiftet Na gut, dass wir ihn nicht gegessen haben What the fuck WTF Die wollen mich eisgeld vergiften Die wollen mich umbringen Was für eine brutale Scheiße So, Zeit für Also der kommt auf jeden Fall wieder rein Und schrumpfen, ne Oder mach mal Multisprung Okay Ich glaub Schnellwechsel Sollte ich eigentlich wieder raus tun Weil der kostet mir so scheiße viel Ach, ich lass ihn mal drin Egal Machen wir weiter mit dem nächsten Fight So, Kampf Es wird Zeit uns auf Rang 1 zu kämpfen Du kämpfst gegen die Ast Cooper Ach nö Ach nö Ach nö Wieso sowas schon wieder Wieso ist sowas schon wieder Womber, dein Kampf beginnt Folge mir Ja, okay Hm Bald dürfen wir also gegen den Champion kämpfen Ja, das wird interessant Ja Also ich glaub, ich muss langsam nicht mehr erklären Wer hier gegeneinander antritt Aber jetzt kämpft der gegen die Rang 4 Messerschwinger Die Ast Cooper Patrouille Was für Typen sind das? Wer das Störger ist, von uns Wollt sie gleich zeigen, ne Ja Let's fight Ihr PHS What the fuck Du darfst keine BB verbrochen Okay Und schön Was haben wir denn für eine schöne neue Bühne, ey Nice Eine Ast Cooper Patrouille Der sieht Aber ziemlich stark aus Was ist denn mal KP 25 352 Sonnensgefällig sind seine Attacken Wenn er vorher Kraft sammelt Und diese roten Augen sind nur irgendwie unheimlich Aber vielleicht hat er einfach nur schlecht geschlafen Pff Wer weiß Aber wenn ich keine BP verbrochen darf Ist das doch ziemlich scheiße Setzen wir erstmal ein Maxi-Beeben ein So Webs, webs Webs Und nochmal webs Webs, webs Webs, webs 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 Webs, 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 webs Webs Webs, 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 webs Webs, 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 webs Webs, 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 webs Webs, 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 webs Und verkackt Das tut weh. Haben wir irgendwas bei den Arten? Ja, Donnerblitz. Das ist der Moment für unseren Donnerblitz. Webs. Dann, ähm, kann man... Ich probiere es erstmal mit nochmal. Ja, das war klar. Wieso ist dann ein Probier, wenn's klar ist? Frag mich nicht. Keine B-Pi-T. Scheiße. Und du wirst dann wohl doch besser ausgetauscht. David ist auch scheiße in dem Kampf. Das ist ja, Mama Kupio. Boah. Wenn ich wirklich der Eisbünder den Ohren kann, dann ohne ich den schon, ne? Ach, halt's Maul. Ey. Ey. Das war ganz schön gemein hier. Weißt du das? So, schau. Tut doch weh, oder? So, Magus. Ich frag dich auch mal, ob das hier weh tut, ne? Tut's weh? Ah, fick dich. Da. Tut das weh? Hm? Ja, das tut weh. Aber nochmal. Tut das weh? Hm? Ja, oder? Hm. Soll ich auch nochmal fragen? Ja, kannst du ruhig machen. Ja, okay. Tut's weh. Schon irgendwie, oder? Ja, tschau. Tut doch auch weh. Ja, jetzt ownst du mich hier aber langsam, ne? Wir machen mal einen Kraftpunsch. Moment. Wenn ich den jetzt nicht gleich abblocke, muss ich halt ein Heil-Item verwenden. Bratpilz auf Mario. Danke. Und sonst, weil wenn ich jetzt das Verteidigungssystem verkackt hätte, wäre ich daumen gegangen. Aber jetzt wirst du geohnt. Oh ja, das wirst du und wie du das wirst. Ja, jetzt wirst du geohnt. Ja. Schön. Wir sind auf Rang 1. Wow, der Gewinner ist Bombaluigi. Ja, epic. Wir sind ganz oben in der Rangliste. Deine Gage. 15 Münzen für uns. Wir sind Rang 1. Lass dich jetzt allein. Man sieht sich. Boah, schon wieder eine Mail. Pst, jetzt geht mir das langsam ja auch auf den Sänger, ey. Boah, schon, mir auch. Entferne die Poster von dir, die in der Lobby hängen. Wie du diese X, die geheirst, finde ich, aber abends. Ja, du steigst, weil es ist halt wie die Poster und du in der Lobby von der Wand empfahren. Das ist ja mal voll dreißig. Jetzt darf ich nicht, darf man nicht mal mehr Werbung machen für uns hier. Ja, das finde ich extrem scheiße. Aber ich kenne jemanden, der noch was anderes scheiße findet. Nein, bitte nicht. Doch, die Lobby ist ein bisschen weit entfernt. Du bist ein Arschloch. Ja, das wissen wir mittlerweile. Kinderstände auch noch. Hey, jetzt wirst du aber gemein. Nein, ich sag bloß die Wahrheit. Oh, es scheint ja tatsächlich hier so ziemlich der Favorit zu sein. Toll. Ach so. Wir brauchen wieder die Blasentussi. Aber Mario. So. Weg damit. Weg damit. Nein, beide. Ich will Double Kill. Dann halt nicht. Was ist das hier eigentlich? Car. Um was hochmodernes. Toll. Und jetzt? Das sind oben immer auch noch Poste. Oder werde ich jetzt gleich von irgendwen überrascht? Ah, tatsächlich. So. Weg damit. Ach, was sagt man denn dazu? Ein Schlüssel? Ist das? Ist das vielleicht wieder zum Puff? Nein, Irona. Öffne die Tür im Oberbeschluss des Lagers. Und du darfst dreimal raten, wer mich dort hinbringt. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Es ist immer noch ein weiter Weg. Du nervst. Ich weiß. Nein. Nein. So. Hast du nicht mal irgendwie sowas wie ein schlechtes Gewissen oder so? Nö, eigentlich nicht. Scheiße. So. Dann wollen wir mal hier reinschauen. Also, komm mit. Ist schon okay. Es ist ja nicht so, als ob ich diesen Hass oder so auf dich entwickeln würde. Aber eigentlich schon. Hm. Was erwartet uns wohl hier hinter? W-was? Ah, was ist das denn? Samu und Marono. Äh. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Nö, wie sind wir hier drin? Hey Samu und kannst du nicht deutlich hier ausrücken? Ö. Ö. O my god! Was ist so aus? Oh, my- Bomba, hast du das gesehen? Das war doch die Todskurvach. Boa. Was zum Teufel geht hier ab? Ich dachte eigentlich, die Krimis kommen erst im sechsten Kapitel dazu, aber... Boah, was geht hier ab? Epic Kämpfe und dann sowas. In den leeren Ring sollen wir nicht gehen. War das eine Warnung von Dings? Samu? Schauen wir mal. Aber wahrscheinlich kämpfen wir gerade immer noch. Und so halt, ja. Bringt das gar nichts. Gut, ich würde sogar sagen, da der Part sonst tatsächlich zu kurz ist, packe ich euch jetzt noch, sofern nichts passiert, euch den Aurelius-Fight mit rein. Man weiß ja nie, was noch kommt. Ich hoffe, nicht so viele Laufpassagen. Ja. Wie weit ist es denn noch? Drei Neun. Das ist auch so verdächtig. Schauen wir mal. Ne, ist nichts. Dann, wieder David. Du kannst mich mal. Ja, schon. Okay. Gut. Dann, jeder hier rein. Aber das war gerade echt scary. Beziehungsweise creepy. Habe ich mich aufgeladen? Oh, das sollte ich natürlich auch noch machen, ne? So. Gott, mit 7 KP in Aurelius. Was bin ich für einer? So. Gumprino hat dein Job. So. Haben's. Ja, Bomber, was gibt's denn? Du möchtest ja zu zum Kampf um meinen. Weil im nächsten Kampf geht es um den Titel. Und daher ist dein folgender Gegner der Champion. Also. Viel Spaß beim Aurelius-Fight. Im folgenden Kampf solltest du übrigens mindestens eine Sternenattacke nutzen. Echt, Romane? Naja, das werde ich tun. Also. Ich bin gespannt, wie's wird. Aber trotzdem wissen wir immer noch nicht, was das alles damit zu tun hat. Weil wenn wir Aurelius fertig machen, kommen wir ja eigentlich an der Sternenjubilie ran. Aber eigentlich ist ja auch wieder das Fake. Und so weit. Hä? Moment mal, wie lang geht das aber nicht zum Ring? Für diesen besonderen Kampf geht es besondere Anweisungen. Also folgt mir einfach. Okay. Hey, wo bringst du uns denn hin? Hoffentlich nicht. Hoffentlich zu Aurelius. Oder irgendeinem Hinterhalt. Okay. Seid hier Liege? Wartet hier. Das ist doch die Kapine von der zweiten Liga. Das muss auch ein Raum für die zweite Liga sein, aber es ist gar keine da. Sollen wir warten? Was tut aus unserem Kampf gegen den Champion? Okay. Was zum Teufel geht hier ab? Kommen wir nun zum Hauptevent dieses Abends. Womba Luigi, derzeit auf Rang eines der ersten Liga, trifft ähnlich auf unseren Champion Aurelius. Begrüßen wir zunächst das wandelnde Kraftwerk. Aurelius. Boah, das konnte schon ganz interessant werden, gegen den zu kämpfen, ne? Aurelius, unser Champion, bereit für den Kampf. Eine Herausforderung ist ein gefährlicher Gegner. Es gibt nur ein Champion und das bin ja wohl ich. Also soll dieser werdige Gnom Luigi doch versuchen, mich zu besiegen. Ich mach den so kalt. Aber bisher hat es noch niemand so schnell auf Rang eines der ersten Liga geschafft. Die Bombe ist dazu schneller aufgestiegen als du selbst, Aurelius. Soll das etwa was heißen, Naot? Ich werde hier und heute unter Beweis stellen, dass ich die einzige Nummer 1 bin. Boah. Das dauert aber ganz schön lange. Ich gebe mal Fragen. Hä? Mario, das ist... Die Tür ist abgeschlossen. Sie haben uns eingesperrt. What the fuck? Jetzt geht's hier los. Begrüßt mir nun den Herausforderer. Ich nenne meinen Henker. Bombe, Luigi. Aber es scheint ein Problem zu geben. Wo bleibt Bombe denn nur? Die hat sich aus Angst vor mir irgendwo versteckt, schätze ich mal. War's ne Pfeife? Nein, eher was für ein Drama. Sollte Bombe, Luigi tatsächlich verschwunden sein? Wenn er nicht unverzüglich im Ring erscheint, wird der Champion Aurelius kampflos zum Sieger erklärt. Betrug! Betrug! Wie bei den Kisten in Super Mario Sunshine. Wenn wir nicht im Ring erscheinen, wird der Kampf als Niederlage für uns verbucht. Also müssten wir irgendwie hier rauskommen. Das sagst du einfach. Das Ding ist auch kaputt. Super. Was haben wir denn hier? Egal. Wie wir hier wieder rauskommen, werden wir dann im nächsten Part sehen. Ich überprüfe bloß jetzt noch ein paar von den Kabinen. Ich warte einfach nur darauf, dass irgendwie da mal irgendwie ein Sternspiel da drin ist. Und insoweit, ja. Bis zum nächsten Mal. Bei Paper Mario 2. Die Legende vom Ionentor. Und dann werden wir sehen, wer der Stärkere ist. Ich oder Aurelius. Bis dann. Und ciao. Und wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Scheiß Tür. Hier. Lüscht. Hier. Lüscht. Ja, war klar. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Bei Paper Mario 2. Die Legende vom Ionentor. Ciao.